Hallo Leute, herzlich willkommen zu PBR Spieltag Nummer 2, wir treten dann gegen den guten Pog und seinem Team Gravity Force, dieses Team besteht aus einem Sieg Kargoron, Zeraora, Tapu Fini, Lando Eye, Nachtara, X-Bad, Cresselia, Silvaro, Kikli, Amoroso und Kangama. Wie wir sehen, hat Pog tatsächlich geschafft, in einer Gen-7-Liga kein Mega-Pokémon zu draften, Big Brain Move an der Stelle natürlich, ist mit das defensivste Team, würde ich sagen, was in der Liga vorherrscht, aufgrund des Kors Kargoron, Fini, Ambryon vor allem. Ich glaube, Cresselia wird gar nicht mal so oft bei ihm kommen, bin ich ehrlich. Ähm, ich denke auch, ich bin mir recht sicher, dass ich weiß, welche Sechsmons kommen werden, weil ich eigentlich nur fast Kargoron, Fini, Ambryon, Zeraora, Lando Eye und Kikli fast kommen sie. Ähm, die anderen könnten auch kommen, aber haben irgendwie immer Probleme, also Cresselia hat so ein bisschen Moveslot-Problem, so mit T-Wave, HP Ground könnte es sowas wie Katana, Hedrin einigermaßen noch hinbekommen, aber so sehr viel mehr wird es halt nicht machen können. Silvaro ist offensiv ein bisschen gefährlich, wird aber von 3 Millionen Mons bei mir revenged und die restlichen Mons sind meiner Meinung nach einfach echt nicht so gut, also Crowbit ist nicht so geil, ähm, weil wir haben Rotom Wash, wir haben auch prinzipiell natürlich Hedrin, aber da ist halt immer so HP Ground so eine Sache und dann hat das Ding aber auch ein Moveslot-Problem, Stunfist kam mir noch, Amoroso macht irgendwie auch nicht so mega viel, Kangama ist immer ein Mons, das kann mal kommen, äh, muss aber nicht. Sonst schätze ich eher halt, wie gesagt, die anderen 6 Mons, ich denke auch nicht, dass wir ein Z-Kargoron sehen werden, wir werden wahrscheinlich physisch defensives Kargoron mit Fall-Attacking-Moves sehen, Zeraora weiß ich nicht genau, wie es kommt, ich weiß auch nicht genau, welche Moves es spielen wird, außer halt sowas wie Plasma-Fäuste logischerweise und Abschlag-Nahkampf, irgendwie sowas in die Richtung, äh, sehr wahrscheinlich, vielleicht, maybe sogar in der Offensiv-Westen-Variante, vielleicht Leben-Mob, wobei ich glaube, Pog ist auch, wie ich, nicht so ein Leben-Mob-Fan, ist halt vielleicht mal genäht oder sowas. Feeny, hab ich wirklich Angst vor einer offensiven Variante, weil, äh, Fairy Water eigentlich meinen Kader richtig gut hittet, deshalb, ich glaube, da kommt Speedy Feeny, also welches schneller ist als Heatran, ähm, und dann halt einfach mit den, mit Surfer plus Moonblast einfach sehr viel Druck machen kann, scheich noch Verhöhner und vielleicht Abschlag oder so für P2, oder halt einfach das Gedankengut, kann ich mir vorstellen, gut, Nachtara wird halt einfach ein defensives Set sein, Lando Eye hat viele Möglichkeiten, der kann physisch als auch speziell sein, der kann Mixed sein, der kann Defensiv-Offensiv sein, da weiß ich's noch nicht, und Kickly finde ich momentan als so, äh, an Burden-Sweeper am gefährlichsten. Wir haben dagegen dabei unser Mega Aerodactyl, Mega Aerodactyl ist immer schneller als ein Zero Aura, ich glaube auch immer schneller als ein doppeltes Speed, äh, Kargoron, wenn's Modest ist, wobei, da bin ich mir jetzt gerade unsicher, ähm, Rest in, also, und ansonsten fulle Tag und den Rest in HP gepackt, das ist so ein bisschen so eine Art Scafa, nenne ich's jetzt mal, dadurch, dass wir nicht mehr unser Adam and Nature haben, bildern wir leider nicht so gut rein, wir haben mal Eroas, Erdbeben, Donnerzahn und den Verhöhner mit dabei, das heißt, es geht wirklich darum, wir wollen schneller als das meiste sein, und sowas wie Kickly wollen wir halt umnieten, das City Eye sollen wir natürlich auch umnieten, mit Donnerzahn hitten wir halt Kargoron und Feeny gut, äh, Erdbeben natürlich für Zero Aura, und gegen Ambrion hab ich mich dann einfach noch nur für den Verhöhner entschieden. Dann haben wir außerdem unser Katana wieder mit dabei, auch wenn da natürlich ein Kargoron steht, was es gut checken kann, aber tatsächlich, mit Laubklinge, Sacred Sword, Knockoff und SD machen wir da richtig gut Damage, muss man sagen, also, ich glaube, ein Full-Fist-Death-Kargoron kann nach Rock sogar ein Plus-2-Fightinium-Z nicht leben, ähm, soweit ich weiß, deshalb ich weiß nicht, ob er nicht doch irgendwie Schutzschild spielt, aber eigentlich braucht er auch relativ viele Attacking-Moves, um gut Progress zu machen, das ist schwierig. Ähm, wir sind so speedy, dass wir schneller Zillendo Eye natürlich sind, ansonsten Max Attack und den Rest so verteilt, dass wir möglichst viel speziell defensiv noch tanken können, äh, zwecks dem Feeny, wir müssen natürlich aufpassen, ne, gegen Ambrion, wenn wir da SD und das Teil Full-Play drückt haben, dann sind wir einfach weg, da brauchen wir nicht drüber reden. Dann haben wir noch Heatrin mit dabei, Heatrin ist so ein bisschen so ein Standard, äh, Showdown-Set, glaube ich, das Standard-Trapping-Set, mit Magma Storm, Hidden Power, Grass, natürlich für sowas wie Amoroso, als aber auch für Feeny, Taunt und Protect, ähm, wir gewinnen eigentlich mit diesem Heatrin gegen sauviele Mons, also, nicht mal Feeny ist ein allzu guter Check dagegen, weil Magma Storm ja mehr Damage macht, als, äh, Leftovers zurückgewinnt, und somit kann eigentlich Heatrin gefühlt jedes Pokémon besiegen, was jetzt nicht gerade eine Bodenattacke gegen ihn hat, ähm, wir können auch verhindern, dass die sich heilen, wir wiederum können uns dank Schutzhit ein bisschen besser heilen, und durch Schutzhit kriegen wir ja auch nochmal mehr eine Runde Trapping, wir müssen natürlich aber auch den Magma Storm hitten. Wir haben sehr viel Special Attack, nicht ganz voll, weil das reicht, um sowas wie Kargoron genug Damage zu machen, Decidual genug Damage zu machen, ähm, und ansonsten sind wir noch so schnell, dass wir im Normalfall, äh, ein Tapu Fini immer outspeeden sollten, ähm, plus, glaube ich, sogar mit ein bisschen Speed-Investment auf Rotom Wash, also, Mons, die meinen Rotom Wash Speedcreepen sind, bei mir, glaube ich, nochmal gespeedcreept, plus, glaube ich, sollten wir immer schneller sein als Mag-Speed Kargoron, und den Rest noch in HP hinein, dann haben wir noch Rotom Wash Mitte von der Partie, ist so ein bisschen der Fini-Check, da tanken wir zwei Mondgewalten, äh, nach Tarnsteinen auch, ähm, dementsprechend hier der speziell Defensive Split, ansonsten alles, wenn was ging, in Special Attack, um nochmal Druck aufzubauen, wir haben die 50%-Behre eben wegen dem Grund, dass wir in Fini öfter mal reinkommen, ein bisschen potenziell, und ansonsten haben wir nur Hydro-Pumpe und Void-Wechsel, sehr viel mehr brauchen wir nicht wirklich, ich hab über Spukball nachgedacht, aber wir haben genug, also, alleine unsere ersten drei Mons bieten halt einfach Silvaro, deshalb, ähm, habe ich mich dann lieber für den Lighthiler entschieden, weil er doch viele Mons hat, die sehr viele KP haben, und zum Schluss noch das Auflockern. Dann haben wir noch Granbull dabei, Granbull ist die Absicherung für Kikli, ähm, wenn Kikli nicht dabei ist, ist Granbull auch eigentlich gar nicht so wichtig für den Kampf, dann kann man den auch mal in Aura reinwerfen, auch mal in Lando-Eye, wir haben Knuddler, Donnerschlag und Eishieb drauf, sowie den Protzer, Protzer ist, äh, so ein bisschen dafür da, weil ich nicht weiß, welchen Move ich gerade drücken möchte, äh, weil ich nicht weiß, wer reinkommt, dass wir wenigstens einmal uns ein bisschen setupen können, plus, wenn physisch defensives Umbreon kommt, gibt's, glaube ich, irgendwie ganz ein paar doofe Damage-Rolls, und damit können wir auch so ein bisschen Schutzschilde umgehen, die halt eben auf Kargoron und Umbreon liegen können, wir brauchen eigentlich nur die drei Attacken, ähm, so viel der Tag, dass wir im Normalfall Umbreon immer Two-Shotten, physisch defensiv, wie gesagt, äh, kann's zu Damage-Rolls kommen, ähm, und wir haben noch die 50%-Behre drauf, weil das so unsere beste Recovery-Möglichkeit gegen eigentlich alle Mons sind, und wie gesagt, die primäre Aufgabe von Granbull ist es einfach nur zu verhindern, dass, äh, äh, Kikli nicht am Ende gewinnt. Dann haben wir noch unser Stunfisk dabei, Stunfisk ist ein Insaner-Check für Zeraora, also Zeraora macht echt nicht viel Damage, ähm, ähm, er ist so ausgelegt, dass er physisch als auch spezielles Zeraora checken kann, also er kann mich niemals Two-Shotten mit, egal was eigentlich, ähm, wir können Tarnsteine rauslegen, was geil ist, wir haben Earth-Pomp Discharge natürlich als Step-Angriffe, die sehr gut sind, und noch den Fall-Play, weil wir Lando-Eye natürlich mit den Moves nicht hitten, als auch Silvaro eher schlecht mit den Moves hitten, deshalb, äh, war da Fall-Play ein guter Mid-Ground, Schmarot-Sam allgemein ist eigentlich gar nicht so verkehrt gegen das Team, sollte da irgendwie SD, Lando-Eye kommen, oder ein Kikli mit Bulli-Cup, oder irgendwie sowas, wobei Bulli-Cup jetzt eher nicht ganz so relevant ist, ne, aber halt, falls irgendwie auch Power-Up-Punch, Kangama oder sowas passiert, aber das ist natürlich jetzt einmal nur so, so ein kleines Zuckrally mit drauf, es geht primär um Silvaro, der getwooshottet wird, und Lando-Eye kriegt halt auch sehr, sehr viel Damage. Ich hoffe, dass, äh, dieses Team genug Breaking-Potential mitgenommen hat, weil das Ding ist, ich glaube, eigentlich muss Pog relativ offensiv bauen, mit seinem sechster Squad, den er da hat, weshalb ich auch ein bisschen defensiver eingebaut habe, wenn er jetzt einen recht defensiven Squad trotz allem dabei hat, dann wäre es prinzipiell schlauer gewesen, ähm, nochmal alles ein bisschen offensiver auszulegen, da habe ich mich dann aber gegen entschieden, weil ich mir dachte, eigentlich sollte er das Match-Up verlieren, wenn ich eigentlich sechs Böller-Mons einfach mitnehme, aber, äh, schwierig, schwierig zu sagen. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der PWA. Ich weiß nicht, ob hier vor ein Teambuilding war oder nicht, denn ihr hört eventuell, wahrscheinlich habe ich es eh angesprochen, wenn es ein Teambuilding gab, ansonsten wiederhole ich mich hier an dem Punkt, äh, ich bin krank, äh, man hört es ein bisschen sehr raus wahrscheinlich, so wird das öfteren wahrscheinlich mal eine Stelle geben, wo ich gar nichts sage, weil ich huste oder einfach eine Atempause brauche oder irgendwie was trinken muss, weil ich ekelhaft am Husten bin und, äh, ekelhaft am, äh, Halsschmerzen haben bin. Deshalb ich hoffe, ich kann das trotzdem einigermaßen gut rüberbringen, ich habe dementsprechend nicht so viele Gedanken ins Teambuilding gesteckt wie in anderen, aber, hey, okay, was sehen wir hier? Wir sehen eigentlich, es ist wirklich Wahnsinn. Es ist 1 zu 1 genau das, womit ich gerechnet habe. Das finde ich ja schon mal prinzipiell sehr, sehr gut, ähm, weil das eigentlich erstmal ein gutes Zeichen ist. Ah, ich vermute halt auch, dass das offensives Feenies, auf den habe ich keinen Bock. Ähm, ja, ich sage mal, Rotom Worscht wäre ein potenzieller Lead, genauso wie Stunfisk einer ist, aber da ist noch Lando Eye, deshalb, mh, ich glaube, Rotom ist schon der beste Lead, den wir hier machen können. Deshalb würde ich sagen, machen wir den hier auch. Boah, ich merke jetzt schon, wie dieses, wie dieses längere am Stück Reden echt, äh, eine Herausforderung werden wird. Ähm, ich bin auch sehr froh, dass keine Facecam hier dabei ist. Also, erwarte jetzt hier nicht den emotionalen Ausbruch schlechthin. Ähm, ich, ich versuche es trotzdem einigermaßen gut rüberzubringen. So, gucken wir mal, mit was Pog leadet. Äh, schauen wir einfach mal. Rotom Worscht im Lead sollte erstmal eigentlich eine recht sichere Karte sein, weil Rotom Worscht eigentlich gegen das Meister echt gut im Lead dasteht. Und ich wüsste jetzt auch nicht, also er wirft tendenziell am ehesten einfach Umbreon da rein. Und es kommt Gronkistan. Ist das nicht Celestila? Nein, das ist Lando. Das ist eigentlich ein richtig guter Lead für uns, weil er da eigentlich nicht drinbleiben kann. Ich meine, was will er denn machen? Deshalb ich überlege, hier straight up Voidwechsel zu klicken, weil er U-Turn wird. Weil eine Hydro-Pumpe fressen will er nicht und ich kann hier eigentlich gerade Free-Hydro-Pumpe drücken. Und dann könnten wir Voidwechsel klicken gegen Umbreon in Stun... Äh, nicht Stunfist, in Heatran oder in Grambull gehen. Grambull müssen wir uns allerdings aufheben. Deshalb, ich würde... Ha, also... Eigentlich können wir straight up auf Voidwechsel gehen, bin ich ehrlich. Der kann hier nicht drinbleiben. Also, wenn dann... Dann ist das Runde 1 schon direkt der Schocker. Ich weiß, es ist ein bisschen eine Prediction Runde 1. Er könnte auch Zero Aura reinwerfen. Und das wäre ein bisschen nervig. Dann rechne ich eher mit einem Bulky Zero Aura. Aber eigentlich kann er das hier recht sicher machen und den Umbreon gehen, außer er hat Angst vor einem Trick-Set. Aber er geht schon mal raus, das ist gut. Jetzt am besten nicht in Zero Aura. Marble, keine Ahnung, wer das ist. Das ist Tapu Fini sogar. Oh mein Gott, dann ist dieser Voidwechsel... Ja, Jesus! Ist der geil! Den fühlen wir ja dick, weil das wird richtig viel Chip-Damage sein. Wundervoll! Geile 50% weißen Kritis. Oh, gut, das ist bitterig. Ähm... Dann ist das wahrscheinlich eher Bulky Fini. Aber damit kriegen wir eigentlich schon Katana-Potenzial rein. Ähm... Wenn wir Tapu Fini so viel... Damage machen... Beziehungsweise eigentlich war das mit Crit gar nicht mal so viel, glaube ich. Nee. Der ist ein bisschen Spideff ausgelegt. Der ist definitiv auch Spideff ausgelegt. Dann gehen wir jetzt nämlich in unser Katana. Und er hat Überrest. Okay, das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Überraschung. Und dann würde ich überlegen, hier direkt in Rotombosch zurückzudabbeln. Einfach, weil er eigentlich jetzt in Celestila gehen muss. Er hat eigentlich keine andere Wahl. Weil wenn er Fini verliert, hat er ein Problem. Weil Fini eigentlich viel zu nützlich für ihn ist. Das heißt, eigentlich muss jetzt Celestila kommen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in Rotombosch einfach. Wir dürften damit eigentlich nichts verlieren. Weil, dass Celestila kommt, ist eigentlich super wahrscheinlich. Beziehungsweise nicht super wahrscheinlich, sondern eigentlich hundertprozentig sicher. Er ruft zurück und es kommt Celestila rein, oder? Bill Cipher. Ich glaube, den haben wir noch nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein weit rausgesumter Ball. Das muss der Bursche sein. Und jetzt wird er nicht nochmal in Fini definitiv nicht gehen. Er könnte jetzt in Zeraora gehen. Die Frage ist, ob er eine Hydro-Pumpe fressen will. Aber das Problem ist halt, wenn wir jetzt... Eigentlich, es ist okay, wenn Zeraora reinkommt. Bin ich ehrlich. Ich gehe auf Void wechseln. Ich habe kein Problem damit, wenn der reinkommt. Weil wir dann... Dipper ist das Umbreon. Äh, Zeraora, schade. Weil wir dann dagegen immer in Stunfiss gehen. Und das ist dann eigentlich ein guter Moment, um zu wechseln. Wir können auch ein bisschen Scarf bliffen. Das finde ich auch ganz nice. Wir gehen in Demi-Glass. Und dann kriegen wir Rocks raus. Ich meine, es ist recht offensichtlich, was wir machen. Ich hätte natürlich gerne Hydro-Pumpe eingesetzt, aber ich wollte nicht, dass Umbreon reinkommt. Und damit Wish, maybe Fini wieder hochheilt. Weil ich finde es eigentlich cool, Fini so low zu haben. Weil dadurch Fini ja eigentlich nicht mehr wirklich in irgendwas ein richtig guter Switch hin ist. Und das ist eigentlich sehr nice. Es kommt straight up im Nahkampf. Wie viel macht der? Macht okay einen Schaden. Ist jetzt nicht mega viel. 304. Wir können mal gucken. Stunfiss, wie viel solltest du denn von Zeraora's Close Combat bekommen? Äh... Das heißt, wir haben gerade 28 bekommen. Das spricht eigentlich ziemlich für Full Attack. So, und wir legen jetzt Tarnsteine. Wir wollen die haben. Die nützen uns. Das ist Chip Damage. Fühlen wir. Also mit denen haben wir definitiv keinen Nachteil. Und er kann hier eigentlich nicht drinbleiben. Selbst wenn er drinbleibt, ist das erstmal okay für mich. Wir haben jetzt auch die Info, dass er Nahkampf hat. Wobei das jetzt nicht unbedingt irgendeine überraschende Information für mich ist. Und er geht in MC Skirmish. Das ist glaube ich jetzt schon wieder sein... Sein Kickli. Will er straight up spinnen? Also ist das direkt das, was er tun möchte? Könnte er machen? Ja. Aber das Nebelfeld ist jetzt vorbei. Sprich, ich könnte Ladungsstoß drücken oder Schmarotzer oder so. Äh... Auf den Spin könnte ich Granbull reinholen. Und eigentlich könnte ich dann mit Granbull mehr oder Minderdonner Schlag drücken. Ich überlege nur gerade Hitmonlee. Der muss ja jetzt fast spinnen. Der kriegt vom Discharge nicht so viel. Kriegt aber vom Vorplay schon gut Damage, muss ich sagen. Selbst überlege ich, ob ich jetzt einfach Schmarotzer klicke. Oder halt die Gunst der Stunde nutze, um zu wechseln. Um vielleicht Granbull reinzukriegen. Und ich glaube, das machen wir auch erstmal. Wir schicken erstmal Granbull rein. Wir müssen, glaube ich, Stunfest an dem Punkt noch nicht mehr Damage geben, als es das eigentlich sein muss. Und hat er den Spin drauf. Weil es kann auch sein, dass er den blufft. Er muss nicht unbedingt Spin haben. Er geht auf einen Knockoff. Okay. Damit haben wir jetzt unsere Beere runter auf Granbull. Das ist nicht ganz so geil. Aber es ist okay. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, wieder zu predikten. Weil es kommt entweder Celestila oder Tapuphini rein. Muss. Also gibt gar keine andere Wahl. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Celestila kommt. Weshalb ich überlegen würde, hier direkt in Rotombosch wieder zu gehen. Er könnte auch auf den P-Jab gehen. Aber das halte ich eigentlich für unwahrscheinlicher. Ich habe eigentlich keine Lust. Habe ich Lust, dass er jetzt Celestila reinbekommt und wir Rocky Hell mit Damage pressen? Eigentlich nein. So, ich würde den Celestila-Switchout hier prädikten und wieder Rotombosch reinwerfen. Wunderbar. Er wechselt raus. Bis zum Fall. Ich habe schon wieder keinen Ahnung mehr, wer das war. Das war der große Orschi. Okay. Und Tarnsteine liegen noch. Das ist auch eine sehr, sehr gute Sache. So. Wir schicken unser Rotombosch rein. Die Frage ist jetzt natürlich... Okay, wir sehen Überreste. Die Frage ist, wen schickt er jetzt rein? Weil jetzt wäre so ein Moment, wo er Zerora reinschicken könnte. Könnte auch Umbreon reinschicken. Ich sage ehrlich, wenn er Umbreon super low macht und dafür versucht, Feeny hochzuhalten, ist das okay. Wir gehen jetzt auf die Hydro-Pumpe. Er geht auf den Protect, um zu scouten. Okay. Damit weiß er jetzt, dass wir Hydro-Pumpe drücken könnten. Ich glaube nicht, dass er jetzt in der nächsten Runde in seinen Zerora geht. Bin ich ehrlich. Ich glaube, der geht jetzt in Umbreon. Muss er eigentlich fast. Und dann könnten wir nämlich unser Heatrin reinbekommen. Das wäre ein guter Moment für uns, den reinzubekommen, muss ich gestehen. Deshalb finde ich hier Voidwechsel einen guten Play. Weil er hat ja gerade gesehen, wir drücken Hydro-Pumpe. Das heißt, er wechselt okay. Und wir haben auch Protect hier tatsächlich gesehen. Das ist eine interessante Sache. Und es kommt wirklich wieder Zerora. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das hat er gut gemacht. Da kann ich nichts gegen sagen. Die Frage ist, bleibe ich jetzt einfach eine Runde drin und drücke nochmal Hydro-Pumpe? Weil ich meine, am Ende des Tages kriege ich einfach wieder... Ja, wobei eigentlich... Also Demi Glast ist dafür da, einfach in Zerora reingeworfen zu werden. Und Rotom Walsh kann hier noch einen insaneen Job machen. Also der nimmt halt Celesteela-Hops, der nimmt Feeny-Hops, der nimmt Lando-Eye-Hops. Also von dem her... Zerora gewinnt auch nicht straight up gegen den. Und er wechselt direkt raus. Hat er jetzt Stunfist prediktet? Er geht in Marble. Wer zum Teufel ist das gewesen? Feeny. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das nicht okay finde. Beziehungsweise ob ich nicht... Also er wird halt jetzt nicht Surfer drücken, ist die Sache. Weil ich kann eigentlich jetzt wieder Rotom Walsh reinschicken. Und eigentlich muss er ja jetzt fast defoggen, wenn er defog hat. Das ist halt die Sache. Deshalb überlege ich gerade, ob ich mit Stunfist dieses Tapu Feeny einfach angreife. Also es könnte komplett Splitter Feeny sein. Das ist nicht so unwahrscheinlich. Also ich habe mich irgendwo verkalkt. Dann würde das Charge 26 bis 31 machen. Was okay für mich wäre. Wie viel würde ein Surfer von Feeny machen? Offensiv macht das schon viel gegen Stunfist. Aber nicht so viel, dass es nicht verkraftbar wäre. Das heißt, wir drücken jetzt Ladungsstoß. Ich sage, der drückt auch niemals hier Surfer. Weil wenn Rotom Walsh reinkommt, ist er wieder in so einer Kack-Situation. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Das heißt, wir kriegen jetzt leider gut Damage. Okay, das ist schon gut Damage. Das war schon echt gut Damage, muss ich sagen. Und Ladungsstoß kommt. Reicht nicht aus. Es ist okay. Es ist erst einmal okay, muss ich sagen. Weil ich kriege... Also ich sage, wenn ich Feeny low bekommen, mega geil. Das ist für Mega Aerodaktyl einfach super sweet. So, deshalb ist das okay für mich. Und jetzt schicke ich halt wieder... Ich glaube, wir könnten sogar überlegen, in Bechamel zu gehen. Aber eigentlich nein. Eigentlich müssen wir wieder in Rotom hier gehen. Und dann sind wir wieder in der 50-50 halt drin. Das ist ein bisschen nervig. Aber hey. Und es kommt jetzt das Auflockern. Na, schade. Schade, schade, schade. Schade hat Pog sehr richtig gespielt. Sehr richtig rum vor allem, nenne ich es mal. Gespielt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig. Und jetzt ist halt die Frage, in wen geht er? Wird er nochmal sich trauen, Zero Aura reinzuwerfen? Weil in der Runde, wo ich Hydro-Pumpe drücken kann... Ich glaube, ich verlie... Ich glaube, ich drücke jetzt Hydro-Pumpe. Also ich glaube nicht, dass er hier drin bleibt. Aber wenn ich jetzt Void-Wechsel klicke, dann ist Feeny weg. Und wenn ich dann nochmal Rocks bekomme, bleiben die da. Es kommt Dipper rein. Das ist Zero Aura. Bitte connecte die Hydro-Pumpe. Bitte, 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 bitte. Wunderbar. Das ist sehr viel Damage, die wir jetzt draufgekommen. Okay, es ist nicht so viel Damage, wie ich gerne gesehen hätte. Und wir gehen, denke ich, wieder in Demi-Glass. Ich denke, ja. Ich denke, Overhaul trotzdem gehen wir jetzt wieder in Stunfisk. Das Problem ist, wir kriegen dann maybe später nicht mehr die Rocks. Aber ich will Rotom Wash eigentlich so fit wie möglich behalten. Ich meine, wir haben noch Painspit und die 50%-Behre. Aber mein Problem ist gerade, dass der zu nervig werden kann. Ich weiß nicht, ob er auf Nahkampf sich hier traut zu gehen. Weil ich könnte auch einfach Hydro-Pumpe drücken. Und dann wird es schwierig für ihn. Okay, er traut sich wirklich den Nahkampf. Dann wäre, glaube ich, drinnen bleiben und einfach Hydro-Pumpe drücken sogar der Play gewesen. Der ist natürlich ein bisschen doof. Aber es ist erstmal okay. Es ist erst einmal in Ordnung. Das Problem ist, der nächste Nahkampf könnte reichen. Ich weiß nicht, ob er das weiß. Ich werde versuchen, nochmal Tarnsteine rauszuwerfen. Ansonsten. Boah, wenn wir das jetzt leben, wäre geil. Aber ich glaube nicht. Ne, das dachte ich mir. Ansonsten schicke ich jetzt Mega-Aerodaktyl rein. Und müsste einmal überlegen, was ich mit dem drücken würde. Weil der hat, er hat halt Erdbeben. Der bleibt halt niemals drin. Beginnen Naerodaktyl. Nutzen die Gunst der Stunde zum Mega-Entwickeln. Ich weiß halt jetzt nicht, ob Lando-Eye dagegen reinkommt. Lando-Eye wäre belastend. Ähm, ich würde mich jetzt hier sogar den Donnerzahn trauen zu drücken. Auf Feeny, auf Celesteela. Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass Umbreon hier reinkommt. Aber ich denke, Donnerzahn ist jetzt erstmal ein Ding, was man machen kann. Er wechselt raus. Genau. Und er geht in Robby. Ich glaube, das ist Umbreon. Ich glaube, das haben wir nämlich noch gar nicht gesehen. Ja. Okay, das ist a little bit sehr annoying, muss ich gestehen. Er hat leider seine Checks nicht ganz so ausgelegt, wie ich es gehofft hatte. Aber es ist erstmal okay. Wir kriegen den Donnerzahn raus. Hat er einen Bollenhelm. Ne, er hat auch da die Überreste. Ich weiß noch, als Pog geschrieben hat, er möchte nicht, dass der Kampf so lange geht, wie sein Kampf gegen Mindtube. Und dann macht er sowas. Na gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt hier Wish kommt. Ich würde hier einmal gerne taunten. Wenn ein Fallplay kommt, dann ist dem so. Das ist dann sehr belastend, muss ich gestehen. Aber es wäre schlimmer, wenn er jetzt mit Wish irgendwas hochhaltet. Muss ich gestehen. Das fände ich schlimmer. Persönlich. So auf dieser persönlichen Ebene. Ah ja. Also wir kommen jetzt gerade noch nicht so gut dazu, hier weg zu breaken. Diesen Dreier-Core. Und er kann Wunschstrom nicht einsetzen nach Höhener. Wunderbar. Das Problem ist, Ambrian heilt sich halt wieder gut. Wir haben unser Stuntfist schon verloren. Das heißt, wir kriegen keine Rocks mehr. Ich glaube, ich habe das leider nicht optimal gespielt. Ich versuche aber jetzt mit Heatran ein bisschen was zu reißen. Ich hasse mich dafür, dass ich meine Hidden Power nicht kontrolliert habe. Das könnte mir jetzt einiges, können mir jetzt das Genick brechen. Und er geht auf den Schmarotzer. Das ist eigentlich ganz gut. Das macht halt keinen so schlechten Damage. Aber es ist okay. Es ist erstmal okay. So, und er kriegt natürlich auch Überreste. Weil das Ding ist, auf Dauer sollte eigentlich Heatran das Matchup gegen den gewinnen. So, wir gehen auf Lavasturm. Wir haben nicht so oft Lavasturm. Ist halt auch wieder das Problem. Deshalb, ich hoffe, wir werden nicht so viele benötigen. Das ist nämlich so ein bisschen meine Angst gewesen, auch in diesem Kampf. Und, dass das belastend werden kann. So, jetzt bin ich gespannt, was er macht. Ich hoffe eigentlich, dass er wechselt. Der könnte auch hier drin bleiben. Das wäre durchaus eine Sache, die er machen kann. Er ist ja noch verhöhnt. Und er wechselt aber raus. Okay, und er geht in Marble. Das ist das Tapophini gewesen. Bitte hitte deinen Lavasturm. Das wäre jetzt sehr wichtig. Ansonsten glaube ich aber, dass HP Grass an dem Punkt den auch rausnehmen kann. Connecte bitte. Wunderbar, sehr lecker. Weil damit switcht der nicht mal raus. Und selbst, wenn wir jetzt langsamer sind. Oh, ich glaube, der Wirbel könnte den jetzt sogar schon besiegen. Ich glaube, der Wirbel besiegt... Ah, nee, wegen Leftovers nicht. Wait, seine Leftovers kommen vor meinen Leftovers. Das bedeutet, der ist schneller als ich. Das heißt, wir wollen jetzt, glaube ich, einmal protecten, oder? Genau, weil das killt nicht. Aber der nächste, glaube ich, sollte ihn dann rausnehmen. Das heißt, wir drücken jetzt einmal Schutzschild. Und dann sollte das hier eigentlich funktionieren, weil er kann ja nicht wechseln. Er hat die Überreste, wie wir gesehen haben. Und dementsprechend sollte das passen. Und dann ist Feeny erst mal weg. Oder? Oder übersehe ich jetzt hier etwas? Weil dadurch... Also, wenn ich jetzt nicht blöd bin, sollte er ja schneller sein, aufgrund der Überresteanzahl. Aber der Magmalsturm sollte ihn jetzt eigentlich killen hier, oder? Da kommt er und das sollte jetzt eigentlich killen. Wunderbar, ich danke dir, Heatran. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Damit hätten wir Feeny weggebrakt. Sehr, sehr gut. So, und mit Feeny weg... Sieht... Naja, Heatran selbst ein bisschen besser aus. Wir müssen nicht mehr so zwangsweise Donnerschlag drücken. Es ist... Also, es ist nicht so geil, wie man es am Ende des Tages gerne hätte. Aber hey. Ja, und da ist Kickly wieder. Ich weiß halt noch nicht, was ich von diesem Kickly halten soll. Weil Kickly, da ist meine Angst, dass der am Ende des Tages ihm das Match einfach gewinnt. Und ich muss jetzt hier in Granbull gehen. Ich habe leider keine andere Wahl, aber das ist halt super offensichtlich, weshalb er jetzt wechseln könnte. Aber ich darf halt jetzt hier an dem Punkt nicht Heatran verlieren. Weil Heatran bietet mir halt Celestila noch sehr gut weg. Und dann sieht Katana zum Breaken mega geil aus. Ich weiß halt noch nicht, was Kickly vorhat. Das könnte halt ein Fake-Out-Set sein. Wir haben ja Knock-Off schon gesehen. Wobei das Ding ist eigentlich... Also, Knock-Off habe ich halt eigentlich nie so wirklich auf einem der Sets gesehen. Die ich bei Kickly... Also, die ich bei Kickly gesehen habe. Wir wissen ja auch, es ist nicht das Mysti-Terrain-Item. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas nicht nachgekalkt habe. Okay, wenn... Also, ich glaube, er greift einfach an. Und wahrscheinlich wird es dann einfach der P-Jab. Es kommt nochmal der Knock-Off. Okay. Aber mein Item hast du schon abgeschlagen. Ist ein Crill. Das ist okay. Kann ich kein Auge machen. Ähm... Joa. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Die Frage ist, ob wir jetzt einfach Knuller drücken oder wieder rauswitchen. Und ich würde hier eigentlich gerne wieder in meinen Rotom-Wash-Fass gehen. Oder in Heatran. So langsam kann ich mir auch vorstellen, dass Kickly irgendwie in irgendeiner Form gelockt ist. Also, gescavht ist oder so. Ähm... Das würde ich als durchaus realistisch ansehen. Ich überlege auch einfach mal einen Donnerschlag rauszuhauen. Ich glaube, ich drücke jetzt einfach mal Donnerschlag. Einfach auch nur, damit Celestila Damage bekommt. Er ruft zurück. Bei Celestila können wir ja immer was wechseln. Wir haben schon Schutzschild gesehen. Das heißt, so viele Angriffsslots hat der eigentlich nicht. Und wir haben ja Überreste gesehen. Das heißt, wir kriegen schon mal kein Dings, äh... Das ist guter Damage. Okayer Damage. Nehmen wir mit. Also, es ist halt Damage, den man durchaus sehen möchte. Jetzt gehen wir halt in Rotom. Da wird es halt jetzt wieder schwierig. Ja, wobei. Wir könnten auch in Heatran gehen. Wir haben halt jetzt eigentlich eine 50-50. Entweder der Boy ist, äh, wild und drückt jetzt Erdbeben. Oder er drückt Gigasauger. Gigasauger ist der sicherere Play, bei dem er keine Nullrunde bekommt. Für mich ist halt der Heatran Play der risikoreichere. Weil Heatran dann super viel Damage bekommt. Ich glaube, ich bleibe trotzdem bei dem sichereren Spielzug. Also, wenn er jetzt Gigasauger hat, wird er halt wieder voll. Und damit wissen wir, es lohnt sich nicht wirklich mit Granbull Celestila anzugreifen. Er geht auf Leech Seeds. Ach, so ein Kackset auch noch. Er hat nur zwei Angriffsattacken. Das ist allerdings interesting, weil ich frage mich, was diese zwei Angriffsattacken dann sind. Eigentlich muss ja eine davon Erdbeben sein. Und dann die andere einfach Air Slash, I guess. Er kann ja jetzt eigentlich Free Protecten. Das ermöglicht mir ein Switch Out. Und ich würde jetzt überlegen, ob ich in Heatran gehe. Wenn wir jetzt in Heatran gehen, für Damage machen. Weil dann breaken wir den Potenzial einfach weg. Und ich glaube, den Potenzial wegzubreaken fühle ich. Celestila muss halt weg. Der muss halt einfach weg. Damit Katana Free reinkommen kann, Angriffe drücken kann und sich geil fühlen kann. Er wechselt raus, geht in. Dipper. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das ist Zerora. Wir wissen noch nicht, was der genau vorhat. Wir haben halt jetzt nicht mehr so viele Switcher-Ins dagegen. Wir müssen halt jetzt Rotom hier reinwerfen. Ich habe leider keine andere Wahl. Aber wenn er wieder CC drückt. Ich weiß gar nicht, wie oft hat er jetzt CC gedrückt. Nicht, dass er das bald nicht mehr drücken kann oder so. Dann ist das okay. Und eigentlich sollte Zerora mich nicht Two-Shotten. Zumindest sollte. Ich weiß immer noch nicht, ob wir nicht irgendeine komische Damage-Roll oder so erwischt haben. Weil es könnte auch irgendwie ganz weirder Adamant-Damage-Roll sein. Ja, das Problem... Ah, wir sind angeditscht. Das ist das Problem. Darauf habe ich gerade nicht geachtet. Ich dachte, wir wären komplett voll. Okay, das könnte jetzt kritisch sein. 266 auf. Boah, das ist zu viel. Das ist zu viel Damage. Okay, dann hätten wir drinbleiben müssen und angreifen müssen. Das ist gerade super kacke. Okay, weil der hat mir jetzt 142 Damage gemacht. Ich weiß halt jetzt nicht. Ah, ist mir wichtiger. Mir wäre jetzt ein Nahkampf sehr viel lieber gewesen. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Ähm. Ja. Ich bin gerade in einer sehr schlechten Position. Das gefällt mir nicht. Für KP haben wir 124 mit Rotom. Das sind 41. Eigentlich jedes Zero Aura der Welt würde mich mit den nächsten Plasma-Fäusten rausnehmen. Das heißt, ich muss jetzt Granbull reinwerfen und den Bedroher triggern lassen. Ah, das wird schwierig. Das wird noch eine ganz schwierige Angelegenheit. Weil jetzt geht mein Jack gegen Kigli flöten und dann könnte Kigli am Ende des Tages einfach gewinnen. Das wäre nicht ganz so geil. Vor allem, weil ich nicht weiß, gegen wen ich noch gut die Beere triggern lassen kann. Ja, what the fuck? Was macht denn der so viel? Hat der einen Magneten? Weil selbst das war ja unverschämend viel Damage. Ja gut, mit Krumble kann ich nicht mehr allzu viel anfangen. Was so viel für mich bedeutet, wie ich glaube, ich knuddel jetzt einfach, oder? Weil der wird mich jetzt wahrscheinlich rausnehmen. Und es bringt mir nichts mehr, den aufzubewahren. Okay, er geht sogar auf den Void-Wechsel. Was gut für mich ist, zumindest von der Sparte aus, dass ich... Dass ich das Momentum bekomme. Ich hätte jetzt gerne ein Init-Boosten, das Katana. Weil das Problem ist, wenn das so ein Fake-Out-Normal-Gem-Kigli ist, dann kann der am Ende des Tages das Ding jetzt an dem Punkt holen, indem er das einfach nur richtig spielt. Also er muss eigentlich nur noch Fake-Out, nur dann kann er, glaube ich, fast alles rausnehmen. Wenn er das Set nicht ist, dann nicht. Deshalb ist die Frage, ob es der Play war, hier Granbull abzuwerfen sogar. Maybe hätte ich Rotom-Bosch sogar abwerfen müssen. Aber Rotom-Bosch eigentlich auch noch wichtig, damit Lando-Eye nicht eskaliert. Ja, irgendwie anfangs lief es ganz gut. Und dann habe ich mit Stunfist sehr viel Bullshit gemacht, glaube ich. Ich glaube, ich hätte Rotom-Bosch ruhig öfter mal in dem Scheiß Zero-Aura drin lassen sollen. Und dann wäre das Ganze auch gar nicht so schlimm geworden, weil dann kann er auch nicht Plasma-Foester einfach so drücken. Ja, optimal gespielt war das. Also, am Anfang lief es gut. Und dann kamen die Fehler mit Stunfist. Den hätte ich behalten müssen. Er kommt. Ich sage, selbst wenn er gescaved ist, ist okay. Ich schicke trotzdem meinen Teriyaki rein. Und ich glaube, ich versuche jetzt, das Umbreon zu erwischen. Indem ich jetzt in Heatran gehe. Weil er weiß ja, er died und er muss Umbreon reinwerfen. Ich muss jetzt ein paar Plays ziehen, glaube ich. Sonst werde ich das Overall am Ende nicht gewinnen. Weil wenn ich jetzt einfach Auras drücke, ist der weg. Weil eine Stone, ich sollte mich an dem Punkt nicht rausnehmen. Genau, er wechselt auch raus. Und er geht in Robby. Keine Ahnung, wer das schon wieder war. Das ist Umbreon. Das ist okay. Das heißt, wir gehen hier wieder auf einen Lavasturm. Wenn das halt auch ein Prod ist, wird halt sicher auch einen Schutzschild haben. Und dann wird es schwierig. Ja, wir gehen auf Lavasturm. Wir haben keine andere Wahl, ne? Umbreon muss auch irgendwie weggebreakt werden. Celestila macht mir auch noch ein bisschen Kopfzerbrechen. Weil der einfach schon wieder komplett voll ist. Ja, maybe hätte man doch mehr Breaker mitnehmen sollen. Aber ich wollte halt auch noch was für die Offensive haben. Und ich habe halt mit Offensiven viel nie gerechnet. Lavasturm Mistler. Das ist schlecht. Es kommt die Stafette. Okay. Ja, damit kriegt er jetzt Lando Eye rein. Das ist eher kacke. Hätte ich erst getauntet, wäre es wahrscheinlich... Wahrscheinlich wäre es erst der Taunt gewesen. Aber ich dachte mir, dass er wahrscheinlich eher hart rausgeht. Weil wenn ich taunte, dann bringt ihm das ja nichts. Dann hat er eine Nullrunde. Wobei, danach kann er eh mal wechseln. Ja, dann... Ne, sehe ich schon, dass man das machen kann. Okay. So, die Sache ist die, dass natürlich jetzt easy Rotombo schreibt. Und ich glaube, das ist auch der einzige Moment, wo ich meine Wikibare triggern lassen kann. Und ich kann ja mit Painsplit noch ein bisschen KP zurückholen. Und dann ist Rotombo sch zumindest wieder einigermaßen im Rennen. Ich glaube, das ist so der letzte Mop... Fokus... Okay, wir dodgen. Das ist gut. Und vor allem, weil wir speziell defensiv sind, ist das gut. Äh, ja, wir gehen auf Hydro-Pumpe, ne? Ich habe dieses Hydro-Pumpen-Spielchen jetzt schon sehr oft verloren. Das Problem ist halt, Rotombo sch ist gegen das, was er dabei hat. Womit ich leider auch gerechnet habe. Und wovon ich auch ausging, immer ein 50-50-Spielchen. Also am liebsten wäre es mir, wenn er jetzt einmal... Fokus, schluss. Auch schon wieder was... Also, ganz andere, womit ich gerechnet habe. Also er hat auf den meisten wirklich ganz andere... Also ich habe das Team 1 sein zur Predicted. Aber bisher wirkt es so, als hätte ich jedes Set, außer vielleicht Ambryon falsch predichtet. Okay, er wechselt raus, dann geht er wahrscheinlich in Ambryon. Dipper war, glaube ich, Ambryon, ne? Ne, Zeror, bitte, Connector, das wäre auch wichtig. Sehr schön. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Das Problem ist nur, er kann jetzt safe killen. Wenn er das will. Und ich glaube... Muss ich ihn das machen lassen? Also er drückt halt jetzt Plasma-Fäuste. Also ich könnte hier ganz abs... Ich überlege gerade, wie gewinne ich das? Ich gewinne das. Wenn zum Schluss... Also wenn Kickly kein ganz weirdes Set ist, also nicht Normal-Gem triggern lassen kann oder sowas. Dann könnte vielleicht Mega-Aerodaktyl gewinnen. Dafür, wenn ich den jetzt abwerfe, kann ich in Mega-Aerodaktyl gehen. Weil der kann halt immer noch HP Fire spielen. Und dann kann ich mit Mega-Aerodaktyl EQ oder Thunderfang klicken. Das ist halt auch wieder eine 50-50. Ja, ist alles gerade kacke. Er wird halt Plasma-Fäuste hier an den Punkt drücken. Nahkampf dürfte er hier niemals drücken können. Kann ich jetzt in Heatran irgendwie gehen und mit Heatran zwei Moves von einem Zero-Aura tanken? Nee, CC macht zu viel. Plasma-Fäuste würde ich zwei tanken. Okay, dann muss ich ihn irgendwie da reingetten. Ich glaube, ich muss jetzt einfach auf bestimmte Sets beten, weil ansonsten... Ah, schwierig. Plasma-Fäuste. Komm, ich wünschte, man könnte Flammenkörper auf Heatran spielen. Weil ich aber das richtig gesehen habe, kann man das leider nicht machen. Okay, wir leben das halt Arsch auf einmal knapp. Wir kriegen jetzt nochmal Überreste. So, damit sind wir auf 216. Wie viel Prozent sind denn das? 216 sind 61. Das heißt, wenn ich jetzt einmal protecte, könnte ich sogar den nächsten leben. Die Frage ist, tue ich das jetzt? Ich glaube sogar, ja. Weil er wird wahrscheinlich Nahkampf klicken. Damit ich zumindest ein bisschen KP zurückkriege. Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt Rotom Wash reinschicke. Auf den Nahkampf, der jetzt kommen muss. Ah, mit 124 HP. Das sind 41 Prozent. Nahkampf macht bis 43. Okay, das ist meine letzte Chance. Rotom reinzukriegen und Rotom wieder recht voll zu bekommen. Und dann könnten wir dagegen, glaube ich, ganz gut dastehen. Wenn wir diese Damage Roll überleben. Es ist halt eine Damage Roll, die können wir auch einfach verlieren. Wir verlieren sie nicht. Wir fressen unsere Beere. Das ist sehr, sehr gut. Weil jetzt muss er eigentlich wechseln. Weil jetzt eigentlich eine Hydro-Pumpe kommen muss. Er kann jetzt eigentlich nicht... Ja, wobei Plasma-Fäuste kann halt killen, ne? I guess wir gehen trotzdem auf Hydro-Pumpe. Weil mit Ambrian muss er ja trotzdem wishen. Ist die Sache. Und wir müssen natürlich auch eine Hydro-Pumpe wieder hinten, ne? So ist es natürlich nicht. Das möchte ich hier in keinster Form rausnehmen. Und ich glaube, ich muss jetzt gucken, dass ich mit Katana irgendwie Druck mache. Ich glaube, anderweitig wird das hier sonst heute nichts mehr. Ansonsten wird das hier nichts mehr. Und dann müssen wir mal gucken, wie das ablaufen wird. Ja, das wird schwierig. Weil Celestila muss eigentlich auch einen Move haben, um Katana rauszunehmen. Wobei, Müssen ist immer ein starkes Wort. Für macht mein Katana nochmal auf plus zwei gegen den. Das könnte halt auch recht wichtig sein. Plus zwei machen wir mit dem Phytinium-Z. gegen Celestila echt viel Damage. Zumindest wenn er nicht... Also selbst wenn er physisch defensiv ist, macht das sehr viel Damage. Das heißt, er muss eigentlich im richtigen Moment protect... Wow. Ich hatte ja gar nicht mehr im Kopf, dass das so viel macht. Aber das ist schon eine Menge. Er geht auf Voidwechsel, okay. Dann wäre mir mein eigener Voidwechsel natürlich lieber gewesen. Wir können Pain splitten. Wir können einmal mal gucken, was so passiert. Das Problem ist natürlich, potenziell kommt immer Zero-Aura wieder rein, ne? Das ist halt auch die Sache. So, Hydro-Pumpe kommt. Die Connected. Das heißt, es ist halt die Frage, ob wir jetzt Pain splitten wollen. Also er kriegt ja jetzt auf jeden Fall nochmal KP. Und er wird mehr KP haben als ich. Die Frage ist, wischt er jetzt? Und das kann er gut machen. Dann habe ich keinen Zero-Aura-Switch hin mehr. Wenn ich jetzt nicht Light-Tiler klicke... So oder so habe ich keinen mehr, fällt mir gerade auf. Weil Rotom-Washer nicht öftere Male da reinkommen kann. Batsch. Nochmal ein bisschen Chip-Damage mitgeben. Jetzt ist die Frage, gehen wir in Bechamel? Oder gehen wir noch in Heatran? Damit wir erst Lava-Stummen klicken können. Aber kriegen wir nochmal einen Moment zu SD? Das ist halt die Frage. Wer erwischt oder battenpast jetzt? Ich glaube, wir müssen jetzt offensiv Druck machen. Also wenn er jetzt vorplayt, gut gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Okay, er drückt Wish. Und jetzt ist halt die Frage, was er macht. Drückt er vorplayt, weil er mich nicht erst dienen lässt? Kann ich an dem Punkt Umbreon rausnehmen? Das sind jetzt ganz, ganz viele Runden, die sehr matchentscheidend werden, glaube ich. 58 bis 69 machen wir dem Spideff-Umbreon. Ich glaube aber, er ist das Fisteth. Das heißt, er wird wahrscheinlich einen leben. Ich glaube, ich muss aber trotzdem auf Sancto-Klinge gehen. Ich glaube, ich muss einfach straight up auf Sancto-Klinge gehen und hoffen, dass er nicht Spideff ist. Aber ich weiß, er ist ein bisschen Fisteth, glaube ich, wegen dem Damage von Mega-Aero. Wobei, auch nicht unbedingt. Ich habe halt, glaube ich, noch zu wenig Infos eigentlich über den. Ich könnte auch meinen Z-Move einfach poppen. Also, wenn er jetzt Protected, dann ganz belastend. Aber eigentlich muss er vorplayen, dass ich nicht SD-en kann. Aber eigentlich auch kacke für mich. Aber ohne All-Out-Pummeling brake ich nicht durch Celesteela? Ich glaube, es ist okay, hier All-Out-Pummeling zu drücken. Ich glaube, es ist okay. Ich glaube, es ist okay. Er wechselt. In wen geht er? Er wechselt wirklich. Er hätte mir den SD gegeben. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich dachte immer, er muss hier vorplayen. Weil wenn ich SD-er hatte, hat er doch ein Riesenproblem. Aber okay, es waren drei Millionen verschiedene Plays, Spielzüge, die hier hätten geschehen können. Das ist halt auch die Sache. Also, von dem her. Ja, das ist halt jetzt sau schlecht, weil jetzt kann er mit Wishress wieder hochheilen. Hat damit meinen Z-Move quasi komplett pulverisiert, nenne ich es mal. Weil der jetzt gar nichts macht. Ja, macht immer noch sauguten Damage, muss man sagen. Weil es ein Crit war. Ach, du Scheiße. Also, ich lacke mich auch ein bisschen durch, muss man sagen. Ähm. Joa. Die Frage ist, in wen gehe ich jetzt? Ich denke mal Heatran. I guess. I guess it is Heatran. Weil mit meinem anderen Mon habe ich noch zu viele... 50-50s. Ja, das ist halt mega kacke. Ich dachte eigentlich, er muss hier immer vorplayen. Weil er eigentlich unfassbar viel Schiss haben muss vor dem SD. Und dann, wenn ich nochmal SD, dann werde ich ihn ja immer mit meinem Z-Move rausnehmen. Außer er hat natürlich... Also, das Ding ist halt, wenn er Scarf Lando Eye in the Bag hat, dann hat er immer was zum Revengen. Mit Fokussstoß vor allem. Aber Fokussstoß ergibt auch Sinn auf den, dass der nicht von Katana abused wird. Ja, man... Ich merke einfach, ich habe nicht so viel Gedankenzeit wie sonst da reingesteckt. Egesam, komm. Ernsthaft? Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich es dir, ne? Kurzzeitig habe ich das überlegt. Fok, traut sich schon einiges. Also, er spielt das schon gut. Da kann er leider nichts gegen sagen. Ja, das ist halt mega kacke. Dadurch sind wir jetzt in eine super kack Position gekommen. Also, wirklich grauenvoll, muss ich sagen. Das ist wirklich eine... Also, das war die schlimmsten zwei Runden, die hätten entstehen können. Ich muss, glaube ich, wieder in Bechamel zurück. Also, wenn er protectet, protectet er. Ich hoffe einfach, dass er wechselt. Eigentlich muss er wechseln. Weil Celestila auch noch zu wichtig ist. Boah, ist das alles gerade scheiße, ne? Das gibt es ja gar nicht. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich hier noch gut durchbreche. Das ist so mein Problem. Ich sehe jetzt gerade noch nicht den Weg zum Breaken. Also, Mega-Aero ist immer noch eine Wing-Con. So ist jetzt nicht. Zerora died an dem. Kickly, wenn der nicht irgendwie speedy ist, died. Lando-Eye ein bisschen schwieriger. Celestila schwieriger. Ambryon auch schwieriger. Also, die hitten mich halt auch alle hart. Das ist das Problem. Und ich komme gerade noch nicht so durch, wie ich gehofft hatte, dass ich durchkomme. Tatensteine hätten mir das sehr viel einfacher gemacht. Alles drum und dran. Ah, er wechselt in, wer war MC Skirmish? Kickly. Ich überlege einfach, eiskalt... Ja, er kann ja aber einfach Nahkampf klicken. Er kann halt gescaft sein. So wie er das hier bisher gespielt hat, wirkt es auch sehr scaflastig, muss ich gestehen. Wir würden halt Kickly einfach one-shotten, ist die Sache. Also, wir können halt Rotom Wash einmal abwerfen. Dann gucken, was passiert. Dann wird es schwierig, Lando-Eye zu beaten. Und in Lando-Eye was reinzuwerfen. Wir können auch Heatrin abwerfen. Weil der... Nein! Nein! Hallo, Freunde. Nachdem das Spiel hängen geblieben ist, sind wir hier rausgekommen. Wir haben es so gut es geht auf Showdown nachgestellt. Ich glaube, Pog hat jetzt auf Celestila ein bisschen mehr HP. Ich glaube, Zerora hat maybe ein bisschen mehr Damage dafür. Und Umbreon und Minamons sind auch so gut es ging einfach wieder da. Weil es halt einfach nicht anders ging. Ich habe auch Mindchip gesagt, was ich machen würde, nachdem er versucht hatte, das Ding zu rekonstruieren. Deshalb mache ich das jetzt auch. Hier der SD gedrückt. Einfach nur ein Celestila kommt rein, genau. Jetzt ist halt die Frage, wird Celestila den Flammenwurf haben oder nicht. Ich glaube, ich muss allerdings Soda so in Bolognese gehen und dann einfach Magma-Stormen. Ich glaube, was anderes kann hier nicht wirklich mein Play sein. Es kann sein, dass er jetzt hier Leech seedet wieder, geht aber auf den Flammenwurf und wir triggern Flashfire. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Weil wir kriegen Leftovers plus unser Magma-Storm ist ja jetzt auch stärker. Wir haben, glaube ich, zweimal Magma-Storm eingesetzt gehabt. Das heißt, ich darf es nur noch sechsmal einsetzen. Ich gehe mal auf fünfmal, weil ich nicht weiß, wie viele ich hatte. Deshalb klicken wir es jetzt einfach mal und ich hoffe, ich brauche es nicht mehr als fünfmal. Ich hoffe wirklich, dass das mit den AP nicht falsch ist. Wenn doch, tut es mir unfassbar leid, weil es wächst halt gerade alles auf meinem Mist, was ein bisschen doof ist. Aber da kann ich leider wenig jetzt gerade dran ändern. Normalerweise sollten wir jetzt auch eigentlich alles wegbreaken, glaube ich. Wenn ich das richtig hier sehe. Also ja, zumindest wenn wir connecten. Weil ich meine, Umbreon ist auf 60%. Der gewinnt das nicht. Und wir sind nicht geleech-seeded. Deshalb sollte das passen. Ich weiß nur, dass als Mindtube gefury-craftet hat, er irgendwas gemeint hätte, dass Heatron geleech-seeded ist an dem Punkt. Deshalb habe ich gerade ein bisschen Angst, dass wir irgendwas falsch machen oder so. Ich glaube aber nicht. Also sollte eigentlich passen. Und ich wüsste jetzt, also er muss jetzt eigentlich, eigentlich muss er was abwerfen an dem Punkt. Ich glaube, das meiste died sogar jetzt einfach. Und dann muss ich halt jetzt entscheiden, wen er dieden lässt. Ihr seht auch im Übrigen, wir haben Feeny, Stunfisk und Granbull gar nicht erst dabei gehabt. Oh, bitte connecte. Wunderbar. Und das ist einfach ein totes Kick. Okay, das könnte actually super wichtig sein. Das könnte super, super wichtig sein. Weil das eigentlich so ein bisschen... Ha, das ist jetzt interessant. So, wir können halt jetzt überlegen, drin zu bleiben. Aber er muss eigentlich den Boden-Move klicken oder nicht. Das Problem ist, wir breaken mit dem hier, den nicht weg. Der Steeler ist halt voll. Das ist halt ein Riesenproblem. Das heißt, es wird schwierig, den wegzubreaken. Das heißt, wir gehen jetzt, denke ich, auf Rotom Wash trotz allem. Weil Heatrim brauchen wir noch. Und er geht auf Fokusschluss, den connectet er auch. Wir leben den sogar. Das ist cool. Das heißt, wir könnten versuchen, hier zu Pain Splitten. Könnten aber auch einfach auf Hydro-Pumpe gehen. Was, glaube ich, das weniger Problematische ist. Wobei, mit Pain Split... Also er muss ja jetzt eigentlich drinbleiben. Oder in Aura gehen und auf Mist gehen. Ich glaube, sogar auf selber Aura gehen und auf Mist gehen ist fast sein Play. Weil Aura braucht er am wenigsten. Er geht in Umbran, actually. Damit habe ich nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Wir machen ihm 30%. Ha, Void wechsle ich. Er kann jetzt wieder ein Wish rausbringen. Ich weiß noch nicht genau, wen er heilen will. Weil wenn ich jetzt hart in Heatrim gehe, sollte eigentlich das Ganze gut sein. Er geht auf Batten Pass Rater. Aber ja, okay, das ist schon eher eine schwierige Angelegenheit. Langsam glaube ich, dass Landeros gescarft sein könnte, aber nicht muss. Dann müssen wir einfach mal gucken. Und er geht in Lando wieder. Wir können ja einfach mal scouten, indem wir auf eine Runde Pro-Tag gehen, um zu gucken, was er macht. Plus kriegen wir ja auch Leftovers. Das dürfen wir nicht vergessen. Er U-turnt. Die Frage ist, ist der Bursche jetzt wirklich gelockt? Aber wenn er gelockt ist, drücken wir nochmal Magma Storm. Und bisher wirkt er mir sehr gelockt. Weil ansonsten weiß ich nicht, warum er unbedingt den Fokusstoß immer treffen will. Ich gehe, glaube ich, hier auf Magma Storm. Okay, er geht auf U-turn. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, meine Magma Storms reichen aus. Bitte lasst die ausreichen, ansonsten haben wir ein Problem. Wenn wir jetzt connecten, killen wir eigentlich, glaube ich, einfach wieder was. Das wäre ein Traum. Oh, bitte connecte. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Dieses Heatrim hat... Also Augen, das ist der Wahnsinn. Das ist huge, dass wir jetzt Umbreon wegbekommen haben. Das ist absolut insane. Also dieses... Das hat Zielwasser gesoffen, das Ding. Okay, der kann mich eigentlich nicht one-shotten. Wir können aber jetzt eh erst mal eine Runde protecten, wieder Leftovers uns gönnisieren. Und da ich glaube, dass dieses Lando gescarft ist, könnten wir auch da überlegen... Also wir können jetzt überlegen, einfach drin zu bleiben ist die Sache. Weil CC nimmt uns nicht raus. Ich muss jetzt einmal kurz kalken. Ob Heatrim uns an dem Punkt... Also ob ich Zera Aura rausnehmen kann. Nach einem CC. Das ist halt jetzt die Frage. Das Problem ist, ich habe noch nicht so viele Infos über den. Ich weiß nicht, wie viel HP der hat oder so. Sagen wir mal, auf Max-HP machen wir 34 bis 40. Dann würde ich hier... Eigentlich immer, glaube ich, auf eine HP Grass einfach gehen. Und dann kille ich den ja. Er geht auf CC. Den leben wir wunderbar. Und damit ist, glaube ich, Aura weg. Aura ist nicht weg. Gut, das ist schlecht. Ich dachte, wir killen den hier an dem Punkt immer. Na gut. Das ist schlecht. Wir gehen natürlich nochmal auf Protect, holen uns die KP zurück. Dann wäre es Magma Storm gewesen. Dann hat der... Maybe trägt der halt eine EV. Das kann sein. Das ist auch nicht gerade unwahrscheinlich. Jetzt wird es nämlich langsam kritisch, weil ich weiß nicht, ob er noch Nahkampf-AP hat, um ehrlich zu sein. Weil er hatte gemeint, er hat nur noch drei Nahkampf-APs. Und deshalb bin ich mir jetzt unsicher, ob er nochmal Nahkampf drücken darf oder nicht. Aber das Ding ist, selbst Plasma-Fäuste würden aus der Range hier reichen. Aber wenn er die nicht mehr hat, wir haben Voltwechsel-Nahkampf-Plasma-Fäuste gesehen. Ist es, glaube ich, mein Player jetzt hier Rotom, I guess, abzuwerfen, oder? Rotom abwerfen. Oder sogar Katana abwerfen. Wäre auch eine Überlegung. Weil ich Katana nicht mal unbedingt mehr brauche. Und er muss ja eigentlich fast Plasma-Fäuste drücken. Ich sage, Rotom können wir noch eher gebrauchen. Gerade wenn Lando gescaft ist. CC kommt noch. Okay. Dann hat er auf jeden Fall noch einen, den er drücken darf. Ich weiß jetzt nicht, wie wir es mit der AP-Regelung machen. Ich habe keine Ahnung. Es ist chaotisch. Bin ich ehrlich. Wir gehen auf Sacred Sword natürlich. Er gibt keinen Grund, hier irgendwas anderes zu machen. Aber dann hat er vermutlich noch einen. Das ist halt echt das Problem. Wir wissen nicht genau, wie viele APs waren. Also wir haben es nicht straight up nachgezogen. Okay, jetzt drückt er aber sehr oft Nahkampf. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie viele Fix wir auf die AP-Regelung geben. Das verwirrt mich jetzt leicht. Oh, das ist so schlecht. Wir hätten uns besser absprechen müssen. Okay. Und der wechselt den Celestiler. Na gut. Ja, der ist ein bisschen sehr nervig. Ich glaube, wir werfen jetzt Rotom, I guess, ab. Und werfen dann Heatran rein. Muss ich das machen? Ich glaube, das muss ich machen. Auch wenn es mir missfällt. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall das Ding so weiterspielen, wie es ist. Weil wir haben uns nicht mehr zwischengetalkt oder so. Und da sind meine Gedanken jetzt leider auch zu spät gekommen quasi. Und er geht in Lando. Okay. Ich versuche jetzt einen Pain-Split zu bekommen. Aber er geht einfach auf U-Turn. Schade. Und er geht in wen? Das Problem ist, ich kann ja nicht einfach Donnerzahn klicken, weil Aura da ist. Andererseits kann ich es doch machen. Weil, was bringt es ihm jetzt drin zu bleiben? Wir gehen auf Donnerzahn. Er muss ja in Celestiler eigentlich gehen. Oder wir gehen halt in Bolognese jetzt. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Weil wir müssen noch über Celestiler drüber. Aber ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt an Lando vorbeikomme. Ah, ist das scheiße. Ich glaube, ich wechsle... Also, wenn ich jetzt selber Aura biete, hat er noch Lando Eye. Mit dem er quasi immer noch Heatrim wegkriegen kann. Und mit dem muss er ja einfach nur Earth Power klicken oder EQ. Das heißt, ich muss eigentlich beide behalten, wenn ich das Ding hier noch gewinnen will. Das heißt, ich kann jetzt... Ich muss... Muss ich wechseln? Also, er hat Leech Seeds, Protect, Flamethrower. Und er verliert nicht so viel, wenn er, glaube ich, ein Lando gibt. Also, ich brauche beide zum Gewinnen. Ah, ist das eine Kack-Situation. Aber ich weiß nicht, was Celestiler so hat. Und wenn ich dann mit Mega-Aero gegen Celestiler wechse, ist auch wieder doof. Aber wenn er jetzt einfach Plasma-Fäuste drückt, weil er prediktet, dass ich drinnen bleibe, dann ist Bolognese weg. Ich glaube, ich muss sogar Aeroas klicken. Falls er hier einfach straight up drinnen bleibt. Weil dann kriege ich nochmal Damage auf Celestiler. Ich glaube, sein sicherster Play ist es eigentlich, jetzt hier einfach drinnen zu bleiben. Wobei, ist er das? Ja, ich habe jetzt schon Aeroas gedrückt. Ich bleibe bei dem Drücker, um es möglichst getreu nachzustellen. Aber ich glaube, Aeroas war es jetzt am Ende des Tages eigentlich nicht. Da hätte ich mir doch noch kurz Zeit lassen sollen. Da wäre es das, glaube ich. Okay. Ist aber okay ausgegangen, Gott sei Dank. Nicht optimal, aber okay. Und jetzt ist halt die Frage, was kann der? Wird er jetzt Leech Seed? Nun, das kann er gut machen. Ich würde eine Runde taunt, nur gucken, was er macht. Er geht auf die Leech Seeds. Okay, das ist sehr gut. Und jetzt gehe ich, glaube ich, in Heatran. Und hoffe, dass er keinen IQ hat. Was macht er? Er geht in Lando. Okay. Wenn er Fokusstoß hat, würde er halt drauf spielen, Fokusstoß zu hütten. Wir protecten wieder eine Runde. Gucken, was er macht. Geht wieder auf Fokusstoß. Die Frage ist, gehen wir jetzt darauf, dass Fokusstoß misst? Und drücken jetzt Magma Storm einfach. Weil das super viel Damage machen wird. Oder gehen wir in Teriyaki. Und hoffen, dass der es macht. Aber dann kommt eh wieder Celestila. Ich glaube, am Ende des Tages kommt es eh drauf an. Ob er den hittet oder den misst, oder? Wenn ich jetzt wechsle in Teriyaki, muss ich wieder Eroas einsetzen. Dann kommt wieder Celestila. Und ich drehe mich eigentlich so ein bisschen im Kreis. Ich glaube, ich gehe auf den Mist. Kriege den Mist nicht. Und damit ist das eine besiegelte Sache, glaube ich. Ich glaube, damit kann ich das jetzt nicht mehr gewinnen. Ich denke, er wird jetzt nochmal wechseln, I guess, in Celestila. Ja, es war jetzt nicht optimal gespielt. Aber das ist jetzt einfach insgesamt eine komplette Kack-Situation. Er geht sogar in Zero Aura. Wow. Schade. Ich würde trotzdem nochmal auf Donnerzahn gehen. Er bleibt wirklich drin? Okay, er hat der Zero Aura einfach geopfert. Ich hätte gesagt, geh doch einfach ins Celestila und hol dir den Sieg mit dem. Ja, ähm, also es lief dann jetzt anfangs wieder ganz gut hier in dem Bereich. Und dann lief es eher wieder schlecht. Das Problem ist halt, eigentlich hätte er ja nicht so oft Nahkampf noch gehabt. Also das ganze Match ist halt einfach verflucht, muss man sagen. Das ganze Match ist jetzt dadurch komplett verflucht, weil diese AP-Anzahl alle komplett inkorrekt waren. Weil so viel Nahkampf hätte er ja nicht gehabt. Ich weiß auch nicht, wie viele Magma-Stürme ich quasi am Ende des Tages gehabt hätte. Ähm, er hat leider auch den Fokusstoß da getroffen. Da kann ich kein Auge machen, so viel wie ich getroffen habe. Ähm, ja. Am Ende des Tages überlege ich gerade, wo genau der spielerische Fehler war. Also wir haben mit Stunfist nicht optimal gespielt, muss man sagen. Gerade mit Tarnstein wäre Pressure so, also der Pressure so viel besser gewesen. Ähm, und ja. Also all in all bin ich einigermaßen zufrieden mit meiner Leistung. Auch wenn doch, glaube ich, einige Fehler drin waren. Und jetzt gegen Ende, was soll man sagen? Ist halt einfach kacke, dass das bei mir hängen bleibt. Ich hoffe, ich kann es mit Mindchip fixen. Wenn wir das nicht fixen können, dann war es das sowieso mit der PBA für mich. Weil so kann ich das nicht weitermachen. Wir hatten eigentlich gehofft, dass dieses Problem gefixt wäre. Weil die Leute, die meine normalen Projekte verfolgen, wissen ja, dass das ab und an mal passiert. Ähm. Ja, das ist jetzt insgesamt irgendwie doof. Naja. Äh, ich hoffe, Pog kann einigermaßen irgendwie eine Aufnahme für sich wiederherstellen. Weil wäre doof, wenn nicht. Das ist halt, das ist halt auch was, was jetzt die ganze Zeit in meinem Kopf war und mich genervt hat. Wir haben uns nicht komplett gut jetzt gegen Ende abgesprochen, was die AP angeht. Und, äh, noch dazu, äh, ist das Problem, dass wir halt auch einfach das nicht wirklich realitätsgetreu wahrscheinlich am Ende des Tages da haben. Oder so gut es ging. Vielleicht war Zero-Rawar mehr gedamaged. Vielleicht war Zero-Rawar weniger gedamaged. Ähm. Ähm, das weiß ich nicht genau. Wir haben halt einfach gesagt, wir nehmen es so hin, wie es jetzt kommt. Beziehungsweise ich hab's auch gesagt. Also, ich hab mich alles genommen, was zeitlich am effizientesten ist. Weil ich bin ehrlich, ich hab jetzt keine Lust, eine Stunde in den Kampf versuchen, so gut es geht, nachzustellen. Ähm, weil ich wusste, dass es, das kann halt Jahrhunderte dauern. Dementsprechend danke ich, Pog, dass wir das auf Showdown, äh, fertig spielen konnten. Ähm, ja, ich hoffe, wir finden einfach eine Lösung fürs Problem. Ist natürlich auch ein bisschen doof, dass wir dann natürlich den Kampf auch noch verloren haben, aber machst du nix. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal trotzdem wieder. Bis dann und ciao. Bye, bye. Bye.